Willkommen zurück bei deinem Gleit. Wir haben die Generatoren aktiviert und jetzt geht es an die Dekontaminationen. Okay, das gefällt den Kollegen nicht so. Dann schauen wir doch mal, was uns hier erwartet. Soll wir? Doc, wenn ich dir eine Fotos zeige? Nein, 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 nur eine Minute. Okay, wir werden das einfach weitergehen. Das wird ziemlich lange dauern. Jetzt, was war es, was du sagst? Hey, das ist er, das ist der G.R.E. operative, was ich dir erzählte. Was ist er? Amir. Ja, ja, Amir Goreshi. Was machst du mit einem Bild von ihm? Wir, äh... Wir hatten ein Freund. Diese Sampleien sind noch verwendet. Das ist gut. Mit etwas Glück, deine Reise hier nicht für nichts. Wo ist die resten der Daten? Ich weiß, dass Zahra vorbereitet zwei Package. Ja, ich muss dir zurück zu dir, Doc. Jetzt habe ich ein paar G.R.E. shitheads zu befinden. G.R.E.? 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 Das ist Dr. Camden. Ich bin mal zu frei und lasse alle Türen für ihn offen. Aber zuerst Fertigkeitenpunkte, Kraftstufe eliminieren. Und hier nehmen wir die Autopombe. Und es ist natürlich schnappt. Ich weiß, Doc, ich werde vorsichtig sein, wo die Dinge stehen. So, schauen wir mal, was wir hier... Das wäre böse ausgegangen. Das wäre böse ausgegangen. Dann schlafe ich auf jeden Fall bis zum Tagesanbruch. So, verkaufe ich natürlich nochmal alles. Alles, was ich nicht brauchen kann. So, was hat der Kollege? Oh, einen Tischler haben wir. Den kaufe ich mir auf jeden Fall. Schauen wir mal. Oh, da habe ich leider nicht viel. Dann nehme ich ausnahmsweise mal den Schweißermod. Ja, das ist schon mal eher was mit Schaden. Und dann geht's weiter. Oh, was ist das denn da oben auf dem Turm? Oh, shit. So, kann man hier irgendwo hochklettern? Einfach nur kein Risiko eingehen. Oh, shit. Hey, Troy. Ich gebe die Samples zu Dr. Camden. Jetzt werde ich ein bisschen mit dem G.R.E. Und was werden sie sagen? Alles. Alles. Ich werde dich später treffen, Troy. Das ist Crane. Du verstehst du? Kyle Crane. Du kannst mich hören, kannst du nicht? Ries. Wo bist du? Genau. Genau. Wo ich sollte, an der meiner eigenen Tauern. Natürlich, meine ist nicht ganz voll. Aber es ist noch ein Monument für Chaos. Für Entropie. Für was bedeutet, nur zu sein, von einem selbst zu beurteilen. Ich werde dich töten, für was du mit dir getan hast. Für alles, ich werde dich töten. Ich hoffe, das wäre deine Attitut. Duhst du? Wir sind in Krieg, du und ich. Eine Krieg von Filosofien. Eine Krieg von Filosofien. Eine Krieg von Filosofien. Eine Krieg von Filosofien. Kommt, Crane. Kommt und versuchst mich. Was ist das, die Amerikaner zu sagen? Ich versuchst dich. Du weißt, was? Lass es nicht. Es gibt keine Krieg. Es gibt nur deine Filosofien. Geh in die Hölle. Oh, nein, nein, nein. Ich werde nicht in die Hölle gehen. Ich werde leben in die Hölle. Ich werde leben. Ich habe ein Gespräch mit unseren G.R.E. Bruder. Ich werde mit deinem eigenen Kommunikator benutzen. Sie wissen, dass ich alle von Dr. Zara erfüllen. Sie nennen sie die Gehe zu dem Krieg. Sehr kurz, ein Helikopter wird kommen und mich entfernen. Imagine die Schmerzen, die ich in den Flügel zu tun werde, außerhalb der Flügel von diesen Flügel. Natürlich, wenn Sie denken, Sie können mich verhören. Du wunderschöner Scheiße! Das ist das, was ich hofft, zu hören. Komm und find mich, Crane. Lass uns, was wir beginnen. So, okay. So, dann auf geht's. Du bist halt von mir. I mag meine Gehe hier. So, ich gebe Ihnen zuerst. Oh, sie werden mit Gehe. So, dann bin ich da. Und dann sind sie einbiegen. So, ich bin weg. So, ich bin weg. So, ich bin weg. Okay, das waren wir soweit. Achso. Wo war der Eingang? Und wieder in die Kanalisation. Ich bin schwer begeistert. Ich habe ein Problem mit der G.R.E. gemacht. Jetzt wird er von Haran mit den resten von Zera. Ich kann das nicht passieren, und Reiss weiß es. Okay, dann müssen wir jetzt wieder hier durch die Kanalisation. Wo war nur der Eingang wieder? Ah, hier. Okay. 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 So, das ist mal ohne irgendwelche Gegner, wie es aussieht. Oh. Ich habe eine Kiste. Habe ich zwar nicht gesucht, aber wenn es schon da steht, nehme ich es natürlich mit. Okay. 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 So, hier können wir dieses Mal normal schwimmen. Okay, oder auch nicht. Komm, ich helfe mich. Beziehung, eine Seitenvariante? Nein. Benutzen kann ich das wahrscheinlich auch nicht. Das ist so viel wie ... Ich muss hier irgendwo ... Aber wo ... Vielleicht müssen wir uns da nicht durchschwimmen. Sondern vielleicht kann ich hier einfach durchlaufen. Hm ... Okay, hier war ich schon drin. Das ist jetzt definitiv der angenehmere Weg. Hm, nach oben oder nach unten? Das ist jetzt natürlich die Frage. Ich würde mich mal nicht mehr entscheiden. Ja, sehr gut. Oh, shit. Einfach nur schnell sein. Vielleicht hilft's. Versuch, wie es es wird. Tappen, tappen, tappen. Komm weiter. Noch mal heilen. Jewel. Einfach durch. So. Und, wir sind da. Endlich. Eine große Knall. Ah, okay, da bekomme ich jetzt wieder alle Nebenquests von hier. Könnte ich jetzt theoretisch alle noch machen? Aber, wow. Aber mache ich jetzt an dieser Stelle nicht. So, 100 Meter. Da müssen wir eventuell nicht durchzutun. Sehr gut. So, hier waren wir schon mal. Und das ist also der Turm von Raze. Den mache ich aber in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis dahin. Ciao. What the? what the? Bis zum nächsten Mal.